Wir haben inzwischen viele Unternehmen im Netzwerk der Wissensfabrik, die Auszubildende überhaupt nicht mehr nach Noten einstellen, sondern die sich rein die sozialen Kompetenzen anschauen, wie motiviert ist ein Schüler, der zu mir kommt. Die anderen Kompetenzen, Mathematik, Deutsch, da wird zum Teil schon nachgeschult in den Unternehmen, weil es immer offensichtlicher ist, dass die jungen Menschen, die in ein Unternehmen kommen, in der Lage sein müssen, in einem Team zu arbeiten. Und genau so sind auch unsere Projekte strukturiert. Wenn die Kinder also zum Beispiel miteinander bauen und konstruieren, dann arbeiten sie in einem Team von vier oder fünf Kindern. Einer übernimmt meist die Rolle dessen, der plant und zeichnet. Ein anderer ist vielleicht manuell sehr geschickt. Der Nächste kann gut rechnen. Einer kann es gut formulieren und einer kann vielleicht auch das Team gut führen und zwischen den einzelnen Personen vermitteln. Und genau diese Kompetenzen braucht es auch in einem Unternehmen. Und deshalb meinen wir auch, dass mit solchen Projekten Kinder optimal für die Zukunft lernen und auch richtig motiviert sind. Weil Talent ist in jedem. Man muss nur herausfinden, wo ist das jeweilige Talent und wie kann es am besten an die Oberfläche gebracht werden. Das Tolle am Netzwerk der Wissensfabrik ist, dass mittlerweile sich über 100 Unternehmen aus ganz Deutschland engagieren, über die Grenzen der Bundesländer hinweg. Das heißt, alle Projekte sind auch so konstruiert, dass sie in jedem Bundesland in den Lehrplan integrierbar sind. Damit haben wir uns also sehr intensiv auseinandergesetzt. Und es sind große Unternehmen dabei, es sind ganz kleine Unternehmen dabei, es sind sehr viele Mittelständler dabei. Und das Tolle ist dabei natürlich auch der Austausch zwischen den Unternehmen. Ein Unternehmen ist mit einem Projekt in der Schule sehr erfolgreich und tauscht sich gerne mit einem anderen Unternehmen darüber aus, wie es etwas umgesetzt hat, wie zum Beispiel auch die Schulklasse in die Ausbildungswerkstatt gekommen ist, was man dort mit den Schülern zusammen erarbeitet hat. Da gibt es also sehr viel Aufbruch der Unternehmen miteinander und auch das Gefühl, dass dieses Netzwerk richtig viel bringt und dass es in irgendeiner Weise auch eine Art Solidaritätsgemeinschaft der deutschen Unternehmen untereinander ist, weil die großen Unternehmen finanzieren sicher für die kleinen Unternehmen auch die Projekte mit. Jedes gute Bildungsprojekt, was wir bisher entwickelt haben, hat zwischen 100.000 und 200.000 Euro gekostet. Das kann sich ein mittelständisches oder ein kleines Unternehmen bisweilen wirklich überhaupt nicht leisten. Und wenn es in das Netzwerk der Wissensfabrik kommt, hat es sofort Zugriff, Zugang zu allen Projekten und kann loslegen.